Hallo, wir sind in Perth, auf dem Bell Tower und genießen gerade die Aussicht. Wir kriegen gleich eine Führung und es ist so schön und wir genießen die Sonne. Und ja, mal schauen, ob wir wieder zurückkommen. Und wir wollen nie wieder nach Deutschland zurück, weil Australien so schön ist. Okay?